Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit der Münchner Psychologin. Dein Podcast für exzellente Führung. Heute im Studio habe ich Markus Baulig, Geschäftsführer der Baulig GmbH. Markus, schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön. Möchtest du einfach mal in drei Sätzen vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst? Ja, wie du auch schon gesagt hast, ich bin Markus Baulig, Geschäftsführer von der Baulig Consulting beziehungsweise auch von einigen Firmen unserer Baulig Firmengruppe. Und wir haben uns insbesondere jetzt bei Baulig Consulting darauf spezialisiert, einfach selbstständigen Unternehmern zu helfen, wie sie über besseres Online-Marketing, bessere Vertriebskonzepte und Vorgehensweisen einfach ihre Umsätze zu steigern und sich da weiterzuentwickeln. Wir unterscheiden uns in dem Sinne von den klassischen Unternehmensberatungen dadurch, dass wir halt komplett online arbeiten mit unseren Kunden und vor allem uns auch auf eine andere Zielgruppe spezialisieren, weil die klassischen Unternehmensberatungen sind ja eher für so Mittelständler da und Konzerne, während wir uns halt fokussiert haben auf wirklich den einfachen Selbstständigen, der vielleicht gerade am Anfang steht oder der Unternehmer, der vielleicht 50, 60 Mitarbeiter hat und irgendwie sofort konkrete Hinweise haben möchte, wie er jetzt mehr Geld verdienen kann, mehr Gewinn macht oder mehr Umsatz macht. Ich habe heute vor, ein bisschen deine Stärken auszukitzeln. Meine Stärke, ja. Deine Stärke. Ich habe auch an, welche? Einer der vielen, einer der vielen. Aber eine Stärke von dir ist natürlich auch das Verkaufen und eine gewisse Schlagfertigkeit. Und das Schöne ist ja, dass man dir im Grunde genommen eigentlich jeden Einwand hinwerfen kann und du kannst ihn auseinandernehmen. Ja, stimmt. Und was ich wunderbar beobachten durfte, erst letztes Wochenende ist, wie du gesagt hast, es kommt immer ganz darauf an, wie Leute dir begegnen und was du eben sagst. Und was ich eben auch immer häufiger bei meinen Kunden sage, es geht gar nicht darum, was jemand anderes dir sagt, sondern es kommt darauf an, wie du reagierst. Also wie gehst du mit dem Einwand um, wie gehst du damit um, wenn jemand zum Beispiel sagt, Markus, du bist doch jetzt blutjung, du leitest jetzt eine Firma, du berätst andere Unternehmer. Was gibt dir eigentlich das Recht, das zu tun? Genau, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und das sagen würde, was du jetzt gerade gesagt hast, dann wäre jetzt der falsche Ansatz, was halt die meisten machen, versuchen sich zu rechtfertigen und dagegen zu argumentieren. Das heißt, die meisten, wenn sie irgendwie einen Einwand hingeworfen bekommen, hey, du bist zu jung, du kannst das nicht, dann sagen die, hey doch, aber ich kann das ja wohl und ich habe doch die Erfahrung und versuchen sich zu rechtfertigen, ich habe dies studiert, ich habe das gemacht und so weiter und so fort. Und das ist an sich ja eigentlich auch die richtige Vorgehensweise, weil man will sich ja beweisen gegenüber seinem Gegenüber. Ich mache eigentlich im Prinzip was Ähnliches, aber ich gehe da anders bei vor, weil ich versuche nicht in Konflikt zu gehen, du hast seine Position und ich habe meine Position und die kommen jetzt gegeneinander, sondern ich versuche, deine Position, die du hast, einfach in ein anderes Licht zu rücken, sodass wir quasi nicht gegeneinander sprechen, sondern ich komme quasi auf deine Seite und sage, hey, du hast eigentlich vollkommen recht und drehe das dann quasi um. Das heißt, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, hey Markus, wie du gesagt hast, du bist so blutjung, was willst du mir jetzt erzählen, wie man das macht, dann sage ich, das ist vollkommen richtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich so erfolgreich bin, ist ja, weil ich so jung bin. Ich habe quasi, ich bin aufgewachsen mit Smartphones, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema Online-Marketing und habe die ganzen Plattformen in- und auswendig studiert, was du natürlich jetzt gar nicht so in der Form gemacht haben könntest, weil du warst ja beschäftigt mit deinem Tagesgeschäft, mit deinem Business und ich hatte die Möglichkeit, einfach ein Geschäft aufzubauen mit Online-Marketing von Anfang an, auch andere, jetzt mittlerweile tausende Unternehmen dabei zu begleiten, mehr Umsatz zu machen und über bessere Online-Marketing-Kampagnen einfach Umsätze zu fahren und Gewinne zu erzielen, dass ich einfach diese Erfahrung sammeln konnte. Also es ist ja auch genau der Grund, warum ich so erfolgreich bin, ist ja, dass ich so jung bin, sonst hätte ich das ja gar nicht machen können in der Zeit. Weil damals, vor zehn Jahren, war das ja gar nicht möglich. Warst du von Anfang an so schlagfertig oder hast du das gelernt? Nee, das habe ich gelernt. Also die besten Vertriebler sind übrigens auch diejenigen, habe ich mal mit einem anderen Unternehmen auch darüber gesprochen, der sehr, sehr viele Vertriebler hat, die von der Hauptschule kommen, weil, hört sich seltsam an, aber weil die einfach schlagfertiger sind als ein Gymnasiast zum Beispiel. Natürlich jetzt sagen alle, ja, nicht jeder Gymnasiast ist jetzt nicht schlagfertig, aber wirklich ein Hauptschüler wird in der Regel, da geht es ein bisschen härter und rauer manchmal zu, deswegen sind die einfach in der Lage, spontanere Antworten zu geben. Ich habe das ja beobachtet, weil ich ja selbst logischerweise viele auch Leute kenne, die jetzt vielleicht nur einen Hauptschulabschluss haben, aber die einfach unfassbar schlagfertig darauf sind, irgendwie einen guten Spruch zu antworten und sofort Feedback zu geben. Während ich selber als Gymnasiast da eher immer, wenn man versucht, sich zu rechtfertigen oder so ganz, oh, lass uns mal drüber nachdenken. So vorsichtig auch zu antworten. So vorsichtig zu antworten und so weiter und so fort, wenn man da nicht so die brachiale Herangehensweise vielleicht nimmt, was ganz spannend ist. Bedeutet nicht, dass nicht jemand, der jetzt im Gymnasium war, nicht auch super schlagfertig sein kann. Der kann auch argumentativ dann viel stärker sein, weil man dann ja auch debattieren lernt man ja auch im Gymnasium zum Beispiel. Ist ja auch Bestandteil, glaube ich, vom Deutschunterricht irgendwo mal. Ja, irgendwann mal so noch eine Klasse angeblich. Also alles hat seine Vor- und Nachteile und erfahrungsgemäß sind aber Leute, die von Natur aus irgendwie direkt zu schlagfertig sind. Meistens auch die, die vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen hatten, auch mit anderen, die härter mit ihnen umgegangen sind irgendwo. Das findet man halt häufiger leider an der Hauptschule als jetzt an dem Gymnasium. Jetzt hast du ja gesagt, du warst ja auf dem Gymnasium und du musstest es lernen. Wie hast du es denn gelernt? Ja, ich habe viel Zeit verwacht mit unserem Partner, Arben Veseli. Ja, der hat das Problem gelöst. Genau, der hat das Problem gelöst. Ich bin dann auch mit den Shisha-Bars und habe dann so ein bisschen diesen Spirit einfach mit aufgenommen. Und vor allen Dingen, Arben hat mir einfach gezeigt, dass man das auch machen kann. Ja, als wenn jemand zu dir kommt und irgendwas sagt, dass ich mich eben nicht rechtfertigen muss, sondern auch vielleicht schlagfertig antworten kann. Und irgendwann ist es halt gar nicht mehr schlagfertig in dem Sinne. Es wirkt halt, wenn ich das jetzt, wie eben, was du gesagt hast, wirkt dann halt schlagfertig im ersten Moment. Aber es ist ja nicht schlagfertig, weil ich schon diese Gespräche hunderte Mal hatte. Es ist bis jetzt nicht die erste Person auf dem Planeten, die mir sagt, ey, du bist aber jung, was willst du mir erzählen? Es ist ja immer das Gleiche, was man hört, auch bei den Facebook-Werbeanzeigen, die wir schalten, wenn wir da Kommentare, sind ja immer dieselben Kommentare, die man da liest. Und irgendwann hast du halt immer eine Antwort auf jedes Thema. Und also, wenn man schlau ist, hat man irgendwann mal überlegt, ey, bevor ich mir das jetzt noch 101 Mal anhöre, überlege ich mir meine Antwort. Und ich sage auch so 100 Mal, bevor wir mal lernen und mir eine Antwort überlegen. Darauf basiert ja auch bei den meisten Leuten, sage ich mal, Einwandbehandlung. Die haben das einfach schon mal gehört und überlegen sich eine kluge Antwort. Trifft es aber zwar nicht hundertprozentig, wie Einwandbehandlung wirklich geht, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, wie jedes Mal surprised, da zu sitzen und überrascht und zu sagen, boah, was sage ich jetzt? Keine Ahnung. Wann war denn das letzte Mal die Situation, wo du überrascht warst? Wo du gesagt hast, okay, das habe ich so noch nie gehört und da muss ich kurz mal nachdenken, wie ich jetzt reagiere? Im Verkauf. Ja, oder auch überhaupt so in deiner Rolle als Geschäftsführer, wo du dir gerne gedacht hast, okay, das habe ich so noch nie erlebt, krass, was mache ich jetzt? Im Sales, das ist keine Ahnung, also da ich ja selber gar nicht mehr aktiv die Verkaufsgespräche auf Tagesbasis mache, gab es jetzt nicht in den letzten zwei Jahren jetzt nichts Besonderes da, aber davor dann auch, ich glaube, das spannendste Ding war dann irgendwie, wo dann einer vor mir saß, ich dachte, der wäre der Eigentümer der Firma, aber irgendwie war das ein ganz weirdes Konstrukt und dann haben dann doch noch mehr andere mit drin gehangen, sodass ich auch dann irgendwie dachte, okay, ist irgendwie schwierig jetzt dem auch überhaupt was verkaufen zu können, weil es gerade gar nicht geht, was dann halt, sag ich mal, nochmal besonders war. Aber im Grunde sind es immer dieselben Sachen, es sind immer dieselben Themen, vielleicht zwölf unterschiedliche Kategorien an Einwänden, die es so gibt, warum jemand jetzt nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt hast du vorhin was Spannendes gesagt, du sagtest es ja, nur weil jemand dich angreift oder nur weil jemand dir einen flotten Spruch hinhaut, heißt es ja noch lange nicht, dass du dich rechtfertigen musst. Jetzt haben wir diesen Impuls ja trotzdem manchmal. Genau. Dass wir denken, jetzt müssen wir was ganz Schlaues sagen und jetzt müssen wir den anderen überzeugen, von dem, was wir denken, dass das stimmt. Was passiert denn, wenn die Leute das in ihrem Kopf haben? Also angenommen, du hättest jetzt im Kopf, okay, vielleicht bin ich zu jung dafür. Also der Einwand kommt gar nicht von außen, sondern er kommt von dir selbst. Ja genau, das ist eigentlich das größte Problem, was alle im Verkauf haben, dass sie selbst Einwände haben. Das heißt, sie sind sich selbst unsicher, sie verlangen quasi von dem Interessenten, dass er nicht nachdenken soll und jetzt einfach sagen soll, komm, ich kauf das. Aber sind selbst Menschen, die immer über jede Entscheidung Tage und Wochen lang nachdenken. Oder nach dem Schlafen. Genau, oder ich muss Angebote vergleichen und sind selbst die Personen, die auch Angebote vergleichen. Und in dem Moment, wo du halt sehr, also ein guter Verkäufer ist auch meistens ein sehr guter Käufer, weil, wenn du selbst diese Einwände nicht hast, dann hast du auch weniger Verständnis in der Verkaufssituation für diesen Einwand. Und wenn du weniger Verständnis für diesen Einwand hast, kannst du ihn auch viel leichter behandeln, weil selbst, wie du eben gesagt hast, psychologisch, wenn ich mich mit dir sofort connecten kann, weil, ja, ich muss auch immer drüber nachdenken, ich muss auch immer die Angebote, ja, mach das mal in Ruhe und dann melde dich. Vielleicht, es mag ja sein, ja, dass die andere Person ja so ist und das wirklich gerne tut, aber vielleicht ist es auch nur ein Vorwand gewesen, den du jetzt aber sofort geschluckt hast, weil du selbst immer diesen Einwand hast. Weil du selber auch so denkst. Genau, weil du selbst auch so denkst und dann kannst du ihn nicht handeln. Zum Beispiel, wenn du nicht überzeugt bist von deinem eigenen Angebot. Und der andere ist dann auch ein bisschen unsicher, dann denkst du dir, vielleicht hat er sogar recht, vielleicht ist es nicht gut genug. Ja, genau, wenn der andere dann Dinge äußert, hey, ich bin mir da nicht so sicher und du bist selbst nicht 100% überzeugt von deinem eigenen Angebot, dann wirst du extreme Probleme haben, das halt zu verkaufen. Okay. Das heißt, du musst vor allen Dingen auch dir selbst dein Angebot immer wieder verkaufen, ja, und vor allen Dingen bewusst machen, natürlich hat vielleicht das eigene Angebot auch Schwächen, aber die kann man ja ausgleichen. Man kann ja anfangen, daran zu arbeiten, das eigene Angebot besser zu machen. Ja, ich will ja auch die Produkte bei uns, jetzt bei Robin Consulting, die sind ja heute wahrscheinlich 500 Mal besser als 2016, wo wir gestartet sind. Klar, logischerweise, weil du lernst ja, du verbesserst was, du bekommst Feedback, du verbesserst was, du hast eine neue Idee, du integrierst sie, das ist ja ein laufendes Rad, das ist ja nicht irgendwie fertig und du sagst, okay, wir lassen das jetzt mal zwölf Monate so liegen und gucken mal, was passiert. Genau, so ist das, richtig. Und das muss man halt aber auch mit einbeziehen im Verkauf, dass man das ja auch macht, wenn man ein gutes Unternehmen ist, wenn man irgendeinen Schrott verkaufen will, ja, dann ist das vielleicht auch besser, dass man es nicht verkauft bekommt, weil man selber davon überzeugt, dass es Schrott ist. Dann sollte man es vielleicht auch einfach gar nicht anbieten. Oder erst mal daran arbeiten, bis man überzeugt ist und dann tatsächlich verkaufen. Jetzt hast du am Anfang ja den Tipp gesagt, so hey, vielleicht muss es einfach mal jemanden geben, der dir sagt, hey, du musst erstens nicht auf alles reagieren, also dich nicht sofort rechtfertigen, nur weil irgendeiner dir was hinwirft. Und zweitens, du musst dir mal überlegen, okay, welche Einwände hast du in deinem eigenen Kopf? Was sind denn die häufigsten Einwände? Weil das ist, also was wir auch einfach haben, ist, wir arbeiten mit Unternehmern, wir arbeiten mit Führungskräften und die sind halt nicht immer, du gehst ja nicht zur Schule und lernst Unternehmertum. Du gehst ja auch nicht zur Uni und lernst, okay, drei Semester lang, sechs Semester lang, wie werde ich Führungskraft? Und die Leute arbeiten ja mit Unsicherheiten. Was sind denn diese typischen Unsicherheiten, die du siehst bei jungen Führungskräften, bei jungen Unternehmern, vielleicht kannst du drei nennen und wie man die irgendwie auseinandernehmen kann? Also wenn ich jetzt selbst Führungskraft bin, dann ist ja nicht immer unbedingt der Fall, dass ich was verkaufe, aber man verkauft ja immer zumindest sich selbst oder seine Idee. Und wenn man dann zum Beispiel diesen Einwand glaubt, hey, ich bin ja jung, ich werde niemals, bevor ich 40 bin, auf eine verantwortungsvolle Stelle gesetzt. Wenn ich das wirklich glaube, dann werde ich es auch nicht verkaufen können. Aber es gibt doch diese Überflieger, es gibt doch diese Leute, die auch jung in einem Unternehmen sind, als Führungskraft reinkommen, einfach abliefern und dann auch trotzdem den Mut haben zu sagen, hey, dann gib mir doch mal mehr Verantwortung. Das bedeutet, wenn ich selber diesen Einwand habe und dieses Mindset verinnerlicht habe, dass ich alt sein muss, um auch eine wichtige Rolle zu kriegen im Unternehmen, wird es schwierig, das zu schaffen, während ich jung bin. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Oder wenn man das Mindset hat, boah, erzähl bloß nicht zu viel oder stelle dich, Eigenlob stinkt, ja, dieses Mindset, Eigenlob stinkt. Wie willst du denn jemandem darauf aufmerksam machen, dass du einen guten Job machst, wenn du die ganze Zeit denkst, Eigenlob stinkt und ich darf es nicht kommunizieren? Das wird dir vielleicht eingeimpft, damit du schön deine Klappe hältst, wenn du was gut gemacht hast und einfach weiter performst. Aber wenn du doch gut bist in dem, was du tust, dann kannst du das auch kommunizieren. Tu Gutes und sprich es über. Richtig, genau. Wenn du einen geilen Job gemacht hast und dein Chef hat es vielleicht nicht richtig wahrgenommen oder gesehen, dann kannst du doch auch bei dem nächsten Gehaltsgespräch das auch ansprechen und adressieren und sagen, hey, schau mal, ich habe dieses Projekt gemacht, ich habe dieses Projekt gemacht. Und der letzte Punkt ist vielleicht auch die Vorbereitung, wenn es dann um solche Punkte geht, dass die meisten auch einfach dann sich nicht vorbereiten. Wenn man weiß, okay, ich habe da einen anstehenden Termin und dann komme ich da hin und dann fragen die mich, und was hast du denn so geleistet die letzten sechs Monate oder die letzten zwölf Monate hier bei uns? Und du hast da nicht mal irgendwo geschafft, im Laufe von zwölf Monaten nebenbei mal was zu notieren oder vielleicht überhaupt was zu reißen. Was soll denn dann passieren? Natürlich passiert da nichts. Aber wenn du es doch auch aufschreibst und dann so vorbereitet ins Gespräch kommst, was soll denn dein Führungsgraf sagen? Ja, nee, das war nicht so. Natürlich ist es so gewesen, nur ihr erinnert euch beide einfach nicht mehr daran, was jetzt plus, sage ich mal, vor vier Wochen gewesen ist. Die einzelnen Situationen, wo du vielleicht gehandelt hast oder die grenzligen Themen, die du dann gelösterst fürs Unternehmen, die vergisst du, die vergisst dein Chef, ihr redet nicht mehr drüber und dann, ja, ich habe, denke, gut gearbeitet. Ja, super, okay, dann war das das Gespräch. Das ist halt die mangelnde Vorbereitung auch irgendwo, ne? Ja, der erste Tipp gefällt mir besonders gut, weil du ja gesagt hast, finde die Ausnahme. Also Leute denken ja immer an die Regeln und denken, okay, normalerweise läuft das so. Normalerweise darfst du zum Beispiel erst Führungsgraf werden, wenn du 40 bist und wenn du irgendwie, also irgendwelche komischen Voraussetzungen, weil sie das in ihrem Umfeld sehen. Das heißt, dein erster Tipp war auch, finde die Ausnahme für jemanden, der es trotzdem geschafft hat. Genau, das ist ja die, alle anderen sagen halt nur, dass das schwierig ist und deswegen ist es dann automatisch schwierig. Ähnlich wie zum Beispiel, ich weiß noch, früher in der Hochschule, da haben alle immer gesagt, boah, Statistik ist so schwer, Statistik ist das Schwerste, die Prüfung ist so schwierig und so weiter und so fort. Es wird regelrecht eine Panik auf dieses Fach Statistik gemacht, dass einfach alle aufgehört haben, wie normal denkende Menschen zu ticken und einfach sich richtig vorzubereiten, weil im Grunde machst du nichts anderes, außer bei Statistik ja immer dieselben mathematische Aufgaben lösen. Ja. Dann wenn du das einfach 60 Mal gemacht hast, 60 Mal geübt hast, was weiß ich, mit Altklausuren, aktuellen Aufgaben, die du irgendwo herbekommst von deinem Professor, wenn du das immer wieder machst und du kommst immer wieder auf das richtige Ergebnis, warum solltest du in der Prüfung auf ein feindliches Ergebnis kommen, wenn du da genauso konzentriert, dann fokussiert, das machst. Aber alle sagen, oh, es ist so schwer, es ist so schwer, es ist so schwer, dann machen sie die Übungen nicht, machen sich einfach nur gegenseitig kirre, gehen also komplett ohne Logik ran und kriegst es dann nicht auf die Kette. Und das bei so vielen Dingen im Leben so. Dass einfach alle sagen, es ist schwer, aber ist es eigentlich gar nicht schwer, man muss es einfach nur machen und sich das einfach nicht verunsichern lassen vom Rest der Leute, die eben vor dem ähnlichen Problem stehen. Ja, ich sage bei meinen Leuten auch immer, nur weil du einen Gedanken hast, heißt das noch lange nicht, dass er wahr ist. Ja, und vor allem nur weil hunderte Leute einen Gedanken haben, heißt das auch nicht, dass er wahr ist. Genau, also nur weil irgendwer was behauptet, heißt das nicht, dass es so sein muss. Denk mal super nach, komm mal wieder runter, lern deine Emotionen zu kontrollieren und überleg mal, okay, wie kriege ich es vielleicht auch trotzdem hin. Genau, ich denke mir immer, wenn das einer geschafft hat, dann ist es nochmal wahrscheinlich replizierbar. Also wenn es ein Mensch geschafft hat, auf den Mond zu kommen, dann können wir nochmal irgendwann auf den Mond kommen, ja, in dem Sinne. Wenn es ein Mensch geschafft hat, unter, sag ich mal, 30 eine Führungsrolle zu kriegen in diesem Unternehmen, die ich auch gerne hätte, dann könnte ich es auch schaffen, das unter 30 zu schaffen. Ja. Ganz einfach, weil es ist einfach dieses Mindset, was einen limitiert, von außen, von anderen, was man einfach ablegen muss und dann einfach sehen muss, okay, wenn es einer geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Das ist viel besser und viel produktiver für einen selbst wie alles andere. Die Frage ist, warum machen sich Leute manchmal so schwer? Ich habe eine Vermutung, ich möchte aber gerne wissen, was du dazu sagst, weil eigentlich hat ja alles ein gewisses System. Also wenn ich mich vorbereiten würde auf die Klausur, wenn ich das systematisch durchrechnen würde, wäre ich sicher und dann würde ich sie machen. Und genauso bei der Gehaltsverhandlung. Weiß ich, was ich gewissen habe, habe ich irgendwie meine Stärken aufgeschrieben, zeige ich, was ich für einen Mehrwert für das Unternehmen liefere und bin ich gut vorbereitet im Gespräch, dann kann ich auch im Gehaltsgespräch ganz anders verhandeln. Jetzt ist die Frage, warum machen sich Leute trotzdem so oft so schwer? Was ist deine Vermutung? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten im Grunde. Entweder wollen sie es nicht genug, das heißt, eigentlich interessiert sie gar nicht so, sie sagen, ich würde gerne das haben, aber eigentlich wollen sie es nicht, weil sonst würden sie es ja machen. Oder sie wollen es, sie sind einfach zu faul. Das sind die beiden Varianten. Und die dritte Person ist die, die sagt, okay, ich will es. Und ich bin auch nicht faul, also mach es einfach. Und die hat dann auch am Ende nicht unbedingt das Ergebnis, was sie sich vielleicht wünscht, aber auf jeden Fall bessere als die anderen beiden. Weil sie einfach das Commitment hat. Ja, weil sie das Commitment hat. Also die meisten fällt es halt schwer, sich zu irgendwas zu committen. Und das wird ja heute immer schwieriger. Keiner kann sich ja mehr zu irgendwas committen, auf allem in meinem Alter oder so. Sich auf einen Partner zu committen, sich auf einen Job zu committen, sich auf einen Beruf überhaupt zu entscheiden, fällt ja schon so vielen Leuten so unfassbar schwer, weil ja durch das Internet du immer alles siehst. Du hast ja so viele Möglichkeiten. Du könntest das machen. Ich könnte auch auf Bali einen Surfladen eröffnen. Der hat das ja auch gemacht. Das sehe ich bei YouTube. Also du denkst, das ist Fomo oder wie? Ja, man ist einfach überfordert mit der Auswahl. Ich habe auch das Problem, zum Beispiel, das finde ich ganz schlimm, eigentlich bei Netflix oder bei Amazon Prime, dass du so viele Filme zur Auswahl hast, dass du das Gefühl hast, wenn ich jetzt den auswähle, bereue ich das vielleicht hinterher, dass ich jetzt den Falschen gewählt habe. Und dann ist er vielleicht nicht so gut. Und dann ärgere ich mich. Und dann habe ich meine Zeit verloren. Dann habe ich jetzt hier, verdammt nochmal gerade eine Stunde investiert, die dann irgendwie doch nicht gut gewesen ist. Das heißt, man hat irgendwie so dieses Gefühl, mit so viel Auswahl die ganze Zeit vor Augen zu haben, dass man eigentlich nur eine falsche Entscheidung treffen kann. Dabei ist das eigentliche Punkt, dass es einfach eigentlich viel schlimmer ist, keine Entscheidung zu treffen. Weil wenn du eine halbe Stunde brauchst, um bei Netflix einen Film auszuwählen, hättest du schon eine halbe Stunde eine Serie gucken können oder einen Film gucken können. Selbst wenn das schlecht gewesen wäre, hättest du dann ausgemacht und den nächsten ausgewählt. Oder du hättest gesagt, okay, die gucke ich nie wieder, das ist nicht meins, und dann hättest du die Erfahrung mitgenommen. Genau, richtig. Da hättest du wenigstens irgendwas gelernt dabei. Und deswegen schaue ich auch immer, dass ich immer möglichst schnell schaue, dass ich eine Entscheidung treffe. Auch zum Beispiel selber beim Restaurant, ja, Karte aufmachen. Das Erste, wo ich denke, das hört sich gut an, kaum nehme ich jetzt. Im Grunde genommen können wir also alles zusammenfassen auf ein, zwei Dinge. Nämlich erstens, dass du dir nicht einsehen lässt, dass das, was andere sagen, halt stimmt. Und zweitens, wenn du Bock hast, was zu ändern, dann entscheide dich wirklich dafür. Wenn du Bock hast, irgendwie wirklich auch mit Einwänden klarzukommen, dann entscheide dich dafür, such dir einen Sparingspartner, fang an zu üben. Und je besser du übst, also je mehr du übst, je mehr du dich auch committest dazu, wenn du es ein, zwei Mal gemacht hast, dann wirst du nicht gut daran. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwer meinte ja so, ich fürchte nicht jemanden, der irgendwie 100 Keks einmal macht. Ja, genau, das wollte ich eben auch sagen. Bruce Lee hat gesagt, fürchte nicht den Mann, der 1000 Schläge oder Tritte einmal gemacht hat, sondern fürchte den Mann, der einen Schlag oder Tritt 1000 Mal geübt hat. Ja, weil er dann diesen einfach perfekt kann. Ja. Ja, und genau so ist es im Grunde bei allem im Leben. Du wirst nur ein Meister in einer Sache, wenn du da sehr, sehr viel Zeit und Energie und Übung reinsteckst und investierst. Das ist immer so. Und es ist ja egal, wo drin man Experte wird. Viele versuchen ja immer dann ihren Kindern, die müssen dann genau dasselbe machen, was man auch selbst gemacht hat. Wenn ich Arzt bin, muss mein Kind auch Arzt werden. Jetzt könnte man sagen, ja, Markus, du bist ja auch Unternehmer, deine Kinder müssen auch Unternehmer werden. Aber das will ich denen gar nicht, ich will denen gar nicht sagen, das musst du machen. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass wenn ich Kinder habe, dass die einfach sich für eine Sache entscheiden. Und dann mal dranbleiben. Und dann da dranbleiben. Und wenn sie sagen, irgendwann mir gefällt das doch nicht mehr, dann können sie sich auch natürlich noch mal umentscheiden. Ein, zwei, dreimal. Kann man sich ja umentscheiden, das ist ja in Ordnung im Laufe eines Lebens. Nur heutzutage fangen die Leute irgendwas an und dann sagen die nach drei Tagen, ja, ich meine, das ist doch wieder was anderes. Das heißt, gar kein Commitment, das überhaupt ansatzweise mal durchgezogen wird. Und ich wollte ja selber früher Schauspieler werden. Echt? Ich habe den Gedanken ja verworfen, weil ich halt auch viele Schauspieler dann vom Theater auch kannte und wusste, dass sie halt im Grunde überhaupt, es ist ein sehr anstrengendes Leben ist, weil du kommst halt kaum über die Runden, macht extrem viel Spaß, ja. Ist aber auch sauschlecht bezahlt am Anfang. Also ich habe auch Theater-Schauspieler gemeint, also wirklich nicht mal Filme oder so. Also wirklich extrem schlechte Gagen hast du dann auch und habe das dann deswegen auch verworfen, habe mir dann eigentlich gesagt, pass auf, Markus, du willst einfach reich und dann kaufst du einfach irgendwann Theater und dann kannst du eh spielen, was du willst. Das war so mein... Ich gehe einfach durch die Hintertür, ich kaufe einfach das ganze Gebäude und dann mache ich, was ich will. und dann kann ich auch entscheiden, was gespielt wird, weil ich habe auch mal Theaterstücke gespielt. Was war es? Ja, das möchte ich sagen, weil dann wisst ihr ja die Person, wer gemeint ist. Aber es war schon die Regisseurin, die das dann mit uns gemacht hat, die hat das schon sehr, sie hat uns schon bei den Proben sehr komische Aufgaben gegeben, wo wir den Raum spüren mussten, über den Boden rollen, dann so rumklappern auf irgendwelche Sachen, also total verrückt. Okay. Dann habe ich mir gedacht, ich will auch den Regisseur aussuchen können. So eine will ich nicht nochmal. Genau. Das war aber am Ende ein gutes Ergebnis, aber manchmal, ja. Es ist wie bei der Wurst. Die Leute finden die Wurst gut, die wollen nur nicht wissen, wie sie gemacht wurde. Das stimmt, das stimmt. Okay. Was hat dich dazu gebracht, zu verstehen, dass das, was du machst, also dass, wenn du ein Commitment eingehst, dass das eigentlich wirklich der Weg zum Erfolg ist? Irgendwo musst du es ja klack gemacht haben. Ja, das war bei mir so, das ist eigentlich ganz cool, weil wir haben, mein Bruder hat früher auch mal ein Fitnessprogramm gemacht, also wir waren nicht derjenige, der vor der Kamera das Fitnessprogramm gemacht hat, sondern er hat einen Partner gehabt, der da so das Gesicht von war und auch das Programm kreiert hat und so, der extrem im Bodybuilding auch erfolgreich war und so weiter. Und ich habe das Training dann früher auch quasi selbst genutzt. Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich gesehen habe, ey krass, wenn ich mich für eine Sache committe, weil ich habe mir da vor zehn Monaten wirklich extrem Fortschritte gemacht im Thema Fitness, habe irgendwie, keine Ahnung, neun Kilo oder so zugenommen, aber jetzt auch Muskelmasse, von gar nicht trainiert auf relativ gut definiert auch und war dann natürlich sehr, sehr stolz auf mich selbst, weil ich das halt gemacht habe. Hat doch gar nichts damit, Business oder so am Hut zu dem Zeitpunkt groß. Und das fand ich halt so cool und da habe ich gemerkt, boah krass, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere und mir das als Ziel setze, dann kann ich das auch wirklich erreichen. Und das war so das Ding, was mich dann auch eigentlich überzeugt davon hat, dass ich irgendwann auch meine anderen Ziele, die ich habe, erreichen kann. Und das ist Business halt aufbauen, wie es halt jetzt ist. Okay, cool. Wie soll es auch ohne Commitment überhaupt irgendwas funktionieren? Das ist ja der Punkt, die Leute springen ja und sind dann immer wieder frustriert, weil sie irgendwie sagen, okay, ich probiere mal das eine aus, vielleicht für drei Monate, vielleicht für sechs, vielleicht sogar für ein halbes Jahr oder ein Seilvierteljahr und wenn es nicht sofort die ersten Erfolge gibt, dann sagen sie, okay, das funktioniert nicht ganz aus. Ja, die meisten geben halt auf, wenn es ein bisschen anstrengend wird. Genau. Und da fängt es ja eigentlich erst an. Da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Ja. Gibt es von dir etwas, wo du sagst, okay, wenn du jetzt nochmal den 18-Jährigen Markus finden könntest, was würdest du so demjenigen einfach mitgeben? Das ist ja erst neun Jahre her. Völlig wurscht. 18-Jähriger Markus steht vor dir, was würdest du sagen, was würdest du ihm mitgeben? Mach das, was der Arme sagt. Wenn du ihm irgendwann begegnest in Zukunft. Geil. Vielen lieben Dank. Also ich würde nichts anders machen. Ich bereue auch nichts. Die Fehler, die ich gemacht habe, die waren alle Learnings auf dem Weg und haben ja dazu geführt, dass ich jetzt das mitgenommen habe für die Zukunft. Dementsprechend finde ich eigentlich, gibt es nichts, was ich jetzt, wo ich sagen würde, hey, vermeide das irgendwie, aber das ist glaube ich auch ganz gut so, wenn man so so denkt. Cool. Vielen lieben Dank, schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Wenn ihr Lust habt, Markus zu folgen, Markus unter sich Baulig bei Instagram. Mit K, Markus mit K. Markus mit K. Ja, wir verlinken dich auch sehr, sehr gerne hier drunter und da kann man tatsächlich, wenn man Fragen hat zur Einwandbehandlung, wenn man Unternehmer ist und auf jeden Fall Bock hat, aufs nächste Level zu kommen, sich an Markus wenden. Gerne. Meldet euch gerne bei uns. Vielen Dank. Gerne.